Hey, na das ist doch mal ein richtig krasses Nether-Portal, welches sich bewegt mit Animationen und allem möglichen. Heute werde ich euch 5 coole Nether-Portal-Möglichkeiten vorstellen. Und ich glaube, es sind die besten Portale, die ihr jemals gesehen habt. Viel Spaß mit dem Video, schaut mit rein und ich erkläre auch, wo ihr das herbekommt und selbst machen könnt. Go, go. So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es ein Video in einer Superflat-Map, denn ich habe mir wieder was Nettes zu zeigen. Und zwar aus der Command-Technischen, Data-Pack-Technischen, Structure-Block-Technischen und sowas. Also irgendwie kann ich das gerade nicht zuordnen, das ist nicht wirklich eine Map, ich habe hier eine eigene Map. Aber ihr müsst euch trotzdem mal so unterladen, die Datei, diese wird einerseits in Form von Structures und andererseits in Form von Game-Functions eingefügt. Ihr müsstet euch einen Ordner ziehen, wo ihr die beiden Strukturen reinfügt von dem Download. Das ist gemacht von MacMackystein. Und ihr müsstet einmal in eurem Data- und Functions-Ordner die Funktionen einfügen, die auch in diesem Download-Ordner mit drin sind. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt das tun, was ich hier gerade machen kann. Und ich erstelle jetzt mal die Portale und zeige, wie das funktioniert. Also das Lieblingsportal in Anführungszeichen dieser Creation habe ich euch schon am Anfang ganz kurz gezeigt. Ich muss euch hier ein bisschen heiß machen. Und ich zeige mal kurz, wie das Ganze geht, was funktioniert, was die Features sind und so weiter und so fort. Also, zunächst mal, wenn wir dann in dieser Welt sind, müssen wir noch was einstellen. Und zwar, wir müssen Game-Rule und dann Game-Loop-Function-Macky-General eingeben, damit diese Funktion, die wir gerade hinzugefügt haben, unsere Minecraft-Welt aktiviert wird und läuft. Dann als nächstes, wir müssen jetzt uns die Items geben, die wir brauchen, um einige dieser Portale zu machen. Also heute geht es um Minecraft-Portale generell. Es gibt verschiedene Stückzahlen. Und dafür brauchen wir wieder einen kleinen Kommand, den wir einfügen müssen, nämlich slash scoreboard players set. Da schon, set. Und dann add p give 1. Und jetzt bekommen wir die Items, mit denen wir Sachen machen können. Ich fange jetzt mal mit dem, ja, was heißt mit dem lamesten, mit der kleinsten Geschichte an. Also, Nether-Portal technisch. Ich droppe einmal diesen Obsidian-Block hier raus. Pocket-Portal. Und an der Stelle, wo wir ihn hindroppen, entsteht ein Portal, was wir benutzen können. Und dann können wir da durchgehen. Und natürlich können wir auch wieder einen Button drücken und das Ganze einsammeln und haben es wieder mitgenommen. Deswegen heißt es Pocket-Portal zum Mitnehmen. Einmal hinbauen. Wieder mitnehmen. Also, wer immer mal ein Portal mit sich rumtragen möchte, kann das gerne tun. Flipp. Die Frage ist, was passiert, wenn man den Block platziert. Geht das auch? Was passiert, wenn man den Block platziert? Okay, da wird einfach nur ein Obsidian-Block gesetzt. Der auch ein ganz normaler Obsidian-Block weiter ist. Also, man muss ein Item, ein Obsidian-Block mit dem Namen Pocket-Portal droppen, damit es funktioniert. Sehr schön. Das war Portal Nr. 1. Jetzt kommen wir zu Portal Nr. 2. Und, ähm, es gibt ein Snoke-Portal und ein Grid-Portal. Ich mach mal einen Smoke-Portal. Manchmal auch. Rechtsklick. Hin. Ah. Oh, der Enderman-Zone. Und wir haben ein etwas größeres Nether-Portal bekommen, was einen coolen Partikel-Effekt hier noch hat. Schaut mal rein. Und zwar fallen hier, äh, Partikel noch unten. Hat eine Ender-Palle gedroppt. Sehr gut. Ender-Palle for free. Äh, ja. Kann man durch neben benutzen. Einfach dann die Hölle gehen. Brauch ich jetzt nicht. Es geht erstmal nur um das Design der Portale. Ähm. Wie funktioniert das? Es gibt, ups, das war mal falsch. 3 plus N. Hier oben fahren Amor-Stands entlang, von rechts nach links. Und diese emittieren an sich, äh, Falling Sand-Partikel. Und je nachdem, wie sie fahren, ziehen die halt eine Spur hinter sich her. Und da kann man es halt jetzt hier sehen, wenn, ach Gott, vielleicht. Wenn er nach rechts fährt, dann nach links fährt, dann macht er einfach so einen Zickzack. Aber weil mehrere davon in derselben Spur fahren, wird dadurch so ein Rautenmuster, wenn es hier runterfällt. Einfach nur schöne Portal-Dekoration. Aber, das ist ja noch hier, ne. Sehe noch, nicht so spannend. Da gibt es noch wesentlich coolere Sachen. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Portal. Ah. Und zwar diesen hier. Aha. Das ist so das Drittgeilste. Insofern von Lame ist es so ein bisschen besser geworden. Ich weiß, das ist halt praktisch für Survival-Mode, aber... Ähm... Dieses Portal hat zusätzliche Partikel noch. Und zwar einerseits Endrods hier an der Seite. Es gibt so eine hier bei Black Concrete. Damit ist das zugemacht worden. Und Endrods hier an der Seite hängen und die Partikelsträhle ziehen. Also die Funktion zieht die Strähle zwischen den Teilen. Sieht an sich echt cool aus. Aber, ja, von weiter weg sieht man sie auch noch. Schöne Geschichte. Da hat mich so ein bisschen an Tic-Tac-Toe-Feld. Theoretisch... Oh, das wäre eine gute Idee. Man kann ja einen Minigame mal bauen. Mac Mac-Gestein, falls du zuerst. Man kann ja einen Minigame mal bauen, das aus Partikeln sowas hier machst. Und dann Tic-Tac-Toe-Game draus machst, dass du irgendwie reinsetzen kannst und sowas. Das wäre doch witzig. Nur so als Idee. Daran hat mich halt das übelst erinnert, weil das halt so ein Raster war. Dann kann man da Tic-Tac-Toe spielen. Ah, ja, cooles Design. Äh, Partikeln. An einigen Stellen bleiben die auch... Ne, die kommen immer wieder neu. Ich dachte, die Partikel bleiben da stehen. Die kommen einfach immer wieder neu. Setzen die an der Stelle zusammen. Ja, schön. Übrigens, wer wissen möchte, was diese Schriftzeichen hier bedeuten, da habe ich auch mal eine Auflösung gemacht. Ähm, die Schriftzeichen bedeuten nämlich wirklich was. Das sind Buchstaben, Zahlen, was weiß ich. Nicht allem. Das ist das galaktische Alphabet. Und naja, gibt es ein Video dazu. Ähm, auf meinem Kanal einfach suchen, dann findet ihr das mit Sicherheit. So, kommen wir zu den nächsten Portalen, die schon zu groß waren, um das bei Gamebook Functions zu machen. Jetzt brauchen wir Structure Blocks. GIF, Swagger Phoenix, Minecraft, Structure Block. Und mit diesem Structure Block können wir jetzt diese entsprechenden, äh, noch krasseren Portale laden. Da würde ich gerade mal eins hingehen. So, und, ähm, ups. Wir gehen hin auf Load und tippen jetzt hier den Namen ein. Das nächste Portal ist das Spiral Portal. Also müssen wir jetzt hier eingeben, Spiral, Spiral, Unterstrich, Portal. Bei Entities müssen wir auf On gehen. Wir dürfen die Orientation ja auch nicht ändern, damit das Ganze lädt. Load. Und, äh, ja. Damit haben wir ein Spiral Portal bekommen. Sieht erst mal noch ein bisschen verschlossen aus, wie sowas komisches. Aber, ihr seht hier in der Mitte ist ein Button. Und wenn wir diesen drücken, passt mal auf. Flipp. Geht das ganze Ding auf. Es öffnet sich. Ja, bleibt ein Weilchen offen. Ganze durchgehen. Das Teil benutzen. Und nach einer Weile, werdet ihr sehen, wird es auch wieder zu gehen. Fragst du, wie lang? Aha, da geht's wieder los. Zack, zack, geschraubt sich von alleine wieder zu. Unterschiedlichen, ähm, Blöcken. Das sieht irgendwie so viel heller aus, bis der Dunkle kommt. Und jetzt wieder tatsächlich wieder geschlossen. Ah. Schön, macht Spaß sowas. Also, so Animationen sind immer ganz nett mit anzuschauen. Und, äh, wir können vielleicht nochmal einen ganz kleinen Blick hinter die Kulissen werfen. Mit der 3 plus M Spectator Mode sehen wir hier, dass Amor-Stands hier langfahren. Diese stehen hier und die fahren einen gewissen Pfad. Und, äh, beim Aufmachen löschen diese die Blöcke, wo sie langfahren. Und beim, äh, Zumachen geht die läufliche Funktion andersrum rückwärts. Und sie setzen wiederum die Blöcke. Aha. Bis sie sich in der Mitte treffen. Und in der Mitte wird dann ein anderer Concrete-Block entstehen. Zusammen mit einem Button dran. Oh, das macht Spaß. Also, das ist auch schon mal ein ganz anderes Niveau, wie von diesen Portalen. Gefällt mir. Die Animationen sind einfach cool. Animationen in Minecraft muss man halt erstmal hinkriegen und machen können. Das ist ganz nett. Aber es gibt noch wieder andere Command-Creations, habe ich auch schon vorgestellt. Auch von den Web-Macking-Steinen vielleicht unter anderem. Da könnt ihr vielleicht mal reingucken in die Creation-Playlist oder Map-Playlist oder alles mögliche. Oder Command-Playliste. Obwohl, ich glaube, Command ist bei mir Creations. Habe ich so gemeint. Ich müsste mal vielleicht eine extra Playlist machen. Okay. Und jetzt kommen wir zum absoluten finalen Portal, wo ich sagen würde, yo. Lieblingsportal des Todes höchstwahrscheinlich. Das kann man auch mal so importieren in der Welt und, ähm, bei sich mal stehen lassen. Das ist das I-Portal. Auch hier wieder Entities auf on stellen. Weil es funktioniert mit Amos-Stands. Und dann Load. Und nochmal Load. Und, oh, böse. Böse, böse, böse. Das nenne ich mal ein richtig krasses, äh, ich wollte sagen Endportal. Nether-Portal. Das Ganze nochmal als Endportal würde auch vielleicht funktionieren und schöner aussehen. Oh, 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 oh. Ja, meine Freunde, ähm, dieses Portal ist mehrfach beschichtet. Einmal außenrum läuft hier irgendwas in, ähm, blau lang. Einfach nur so als Effekten-Animation. Es läuft dauermäßig dauerhaft durch. Und in der Mitte haben wir so eine Art Auge, welches sich von alleine bewegt. Also es öffnet und schließt sich. Meinem Geschmack nach vielleicht noch ein bisschen zu schnell. Also die Blink-Zwinker-Animation kann man etwas verlangsamen, weil es ist so, als ob das so hektisch, so absichtlich immer schnell blinkt oder so. Was halt cool wäre, also hier als Verbesserungsvorschlag, äh, ich weiß gar nicht, ob ich einen Verbesserungsvorschlag erzwingen will. Ähm, wenn das random einfach Augen auf und zu macht und ein bisschen länger. Weißt du, jetzt, wenn der wirklich so ein Monster ist oder so, einfach da ist und so manchmal zwinkert. Manchmal, nicht immer, nicht ständig. Manchmal so. Ja, es wäre ganz cool. Dann hat das irgendwie noch was. Holy Macaroni. So ein Portal muss ich erstmal hinbekommen. Ich würde auch hier wieder mal auf 3 plus N drücken, um den Spectator-Mode zu gehen. Kann ich hier sehen. Fällt hier auch ein Armustands entlang? Wahrscheinlich nicht. Hier in der Art sind hier vielleicht Armustands dran. Äh, ich kann es nicht sehen. Kann es nicht hier erkennen. Aber, ähm, ja, ich glaube, das ist das beste Nether-Portal, was ich jemals gesehen hatte. Haben wir da Tag? Das ist mit Abstand das beste Nether-Portal, was ich jemals gesehen habe. Man kann das auf einen Survival-Mode irgendwo hinstellen. Man kann einfach eine Brücke oder so hinmachen und dann kann man da so reinspringen. Oder man stellt es einfach so hin, man kann mit Elytra reinfliegen. Flipp und dann landet man in der Hölle und so. Ja, flipp. Zack, es mal drin. Und das cool ist halt, dass es rund ist. Natürlich, in der Hölle ist das Portal nicht so schön, sondern es ist halt das Standard-Portal. Und wenn du zurückgehst, kommst du wieder hier raus. Ja. Aber, äh, übelst genial. Das ist das gesehen, habe ich gedacht, das muss ich euch unbedingt zeigen und ich hoffe mal, euch gefällt es ebenfalls. So, äh, man kann auch mehrere von der Welt haben und ich habe gedacht, vielleicht sieht das ja ganz schön aus, wenn man das irgendwo in der Luft schweben platziert. Mir ist es aufgefallen, wenn es in der Luft schwebt. Irgendwie ist auch nicht hier diese untere Stütze, da man dran, wo es draufsteht, ne? Ähm, ich wollte das machen für einen schönen Screenshot oder so, aber auch um zu testen. Ah, nee, doch, auf dem Boden hier unten steht dann das Teil. Das kommt immer auf dem Boden hin. Ich dachte gerade schon, hör, das fehlt doch irgendwie. Irgendwie ist es genau drunter. Aber wie kann es denn sein, dass das so wahnsinnig ist? Ah, wahrscheinlich, weil das von der Command-Funktion generiert wird. Also das Ding unten auf dem Boden. Deswegen ist das da unten und das ist da oben. Ah, cool gemacht. Yep. Thumbnail of Doom, hätte ich gesagt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das auch gerne mal machen möchtet, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dann gibt es einen Download-Link. Viel Spaß beim Austesten. Bis dann, lass krachen. Und tschüss. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.